Und so flüchtete ich mich auf die Meere. Nur dort würde ich in Sicherheit sein, so glaubte ich. Die Welt, die er kannte, ließ er zurück, um sich auf die Suche nach den Reichtümern und Schätzen ferner Länder zu machen. Viele Monate lang segelten wir über die Meere dieser Welt. Ehrgeiz trieb ihn voran. Delfine waren unsere ständigen Begleiter. Unsere Ladungen waren Seide und Gewürze. Er verlor den Kampf gegen die Naturgewalten. Das veränderte sein Leben. Ein Überlebender. Eine Insel. Ein Krieger. Zwei Männer in einer aussichtslosen Lage. Ich sterbe nicht wichtig. Alle Menschen sterben. Was wichtig ist, wie du sterben. Piers Brosnan. Wir werden wie Krieger sterben. Ich werde leben! Robinson Crusoe Kde. Beg六 bl�. W именно. W im namefs. Bistock. Hör. Eit�. Glatz.